Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play, Herr der Ringe, die Schlacht und Mittelerde 2. Ja, du und ich kämpfen schon wieder hier im, keine Ahnung, wie der Wald heißt und schauen mal, ob wir gegeneinander ankommen oder auch nicht. Muten mich direkt mal, dann sehen wir weiter. So, okay, wir sind hier, keine Ahnung, wie der Wald jetzt hieß, ist auch egal. Komm, schnell, schnell, schnell. Na, der hat es überlebt. Na gut, okay. Uh, die greift er ja auch an, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, dass er hier alles platt macht. Wir gehen mal hier einfach hier ganz pauschal hoch. Hier bauen wir weiter, was ich nicht kann, weil ich genug Kommandeurspunkte habe. Okay, dann eben zurück, 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 zurück zum Lager. Und ihr kommt mal pauschal so lang, während ich habe keine Baumeister. Achso, die Baumeister habe ich ja alle versteckt. Die Baumeister habe ich alle versteckt. Und zwar hier und da. So, Baumeister. Hier hin. Noch ein Baumeister. Äh, hier hin. So, komm. Zumindest das hat auch nicht funktioniert. Okay, dann gehen wir mal hier weiter und schauen mal, ob wir da was machen können. Äh, ich brauche jetzt eine neue Schmiede. So, ihr, ihr solltet hier eigentlich schon längst den hier mal platt machen. So, kommt, das Zeug hier. Wow, 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 wow. Okay, dann zurück. Natürlich schlecht, aber manchmal nicht so. Äh, dann, so, der hier fällt hin. Tandoril. So, damit, der hat es überlebt. Äh, meine Bogenschützen werden auch sterben. Äh, zählt nichts. So, du baust mal wieder eine neue Schmiede. Und du... Und du baust mal einen, äh, Bogenschießstand, damit ich hier wirklich mal, äh, produzieren kann, wie ein Wilder. Weil das macht er momentan und ich nicht. So, da oben kommt er schon wieder. Äh. Ah, der hat schon ausgebaut. Verdammt. Na, das werde ich wohl verlieren. Zählt nichts. Das muss halt auch mal sein. So, okay. Kann ich das hier noch einsetzen? So. Okay, das, äh, wäre, denke ich, äh, nochmal abgewendet worden. Oh, ne, doch nicht ganz. Hier drüben baut er... So, der Meister. Lalalalalala. Komm, komm, komm. Sie greifen die Minen an. Die kriegen wir, die kriegen wir. Mistfiecher. Äh, wo ist denn eigentlich meine Reparaturfähigkeit? Äh, die ist hier weg. Naja. So, okay. Hier. Ähm, Reparaturfähigkeit. Schnell, schnell, schnell. Und, ups. So, haut das Zeug weg hier. So, die Schmiede steht zumindest. Na, das ist ja schon mal was wert. Ich kann bloß nur halt mal ausbauen. Äh. Okay. Ähm, ihr könnt mal hier pauschal rübergehen. Schmiede baut schon wieder aus. Das baut auch wieder. Ich brauche mehrere Baumeister. Sie nehmen unser Gebäude ein. Aha. Jawoll. Ah, Mist. Zieht sich zurück. So, okay. Die haben unser Gebäude da unten. Naja, was soll's. Hier ein paar Reiterbataillone. Und hier Lanzenträger. Und hier die. Und da. Und jetzt baue ich noch eine Schmiede. Lanzenträgerhüter. Und zwar hier unten. Wir erledigen das. Macht eure Speere bereit. Sammelt euch. So, hopp. Hier mal das Zeug. Also Rohstoffe habe ich ja genug. Daran mangelt es mir gerade nicht. Deshalb einfach mal so pauschal. Leinen können wir auch wieder hauen. Und, äh. Du baust mal auch noch hier unten. Ein Dings hin. So, Streitwagen haben wir. Und der kommt. Hier hin. Genau. So, ich muss jetzt eigentlich technisch gesehen mal in der Defensive bleiben. Sonst kriege ich ein Problem. Rüstet euch, Zwerge. Sie sollen unser Banner fürchten. So. Jawohl, Banner haben wir. Du bist auch, äh, am Bauen. Du baust mal hier. Eine Verteidigungsanlage sozusagen. Das Ding wird hoffentlich irgendwann gleich repariert. So, okay. Das baut gleich nicht aus. Jawohl, das ist ein Mauerwerk. So, okay. Ich brauche hier oben mal wieder ein paar neue Schützeneinheiten hier. Und du auch. Hier hoch. Hier. Einfach mal hinbauen. Zwei baut hier weiter. Ja, ne, hier geht es nicht weiter, weil, weil gerade nichts verbaut wird. Äh, ist doof. Na gut, können wir hier unten zumindest ausbauen. Und dann kann ich auch hier erstmal rausnehmen. Weil wenn da eh nichts baut, ist egal. Schauen wir mal weiter aus. Und schauen mal, was er macht dadurch. Er wird wahrscheinlich eh gleich hier oben angerannt kommen. Wie ich ihn kenne. Da ich aber meine Fähigkeiten jetzt aufhebe und ihn nicht angreife, ähm, wird das hoffentlich funktionieren. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, erstmal hier gucken, wo er ist. Wir haben die Schmiede erweitert. Äh, hier so nicht. Wir verwenden nur bestes Material. Die Schmiede ist auf jeden Fall schon mal erweitert. Das ist schön. Hopp. Damit kann ich jetzt auch hier wieder weiter produzieren. Hier, zack, 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 zack. Komm. Und hier, äh, auch. Und hier unten haben wir erweitert. Das machen wir gleich nochmal. Der Kampftum steht. Der kriegt, äh, noch eine solche Heldenstatue mit her. So. Zack. Wir haben die Schmiede erweitert. Noch eine erweiterte Schmiede. Wunderbar, dann machen wir das einfach so hier. Erforschung das Zeug hier oben. Hopp. Alles, alles mitnehmen hier. Zack. Ich weiß gar nicht, wo ich die vielen Rohstoffe her habe. Aber ich hab's ja. Du versucht vielleicht, die, äh, der Galadriel zu beschworen. Wäre natürlich ungünstig für uns, aber, äh, naja gut. Vielleicht verschwendet er da Rohstoffe mit ein bisschen Glück. So. Mit ein bisschen Glück. Weil Galadriel, ja gut, der hat Vorteile. Aber, äh, ja, auch Nachteile. So. Ich geh einfach mal hier mit denen in der 2. Alles andere geht in die 1. Alles andere. Geh ich mal hier hoch. Und guck mal, was ich da machen kann. So, okay. Mitrilpanzer. So, hier. Mitrilpanzer. Panzer. Panzer. Ich bin gleich fertig. Jetzt wird gekannt. Panzer. Ich bin gleich fertig. Was wir alles hier panzern können. So, irgendwann muss uns ja eigentlich mal die Rohstoffe ein bisschen ausgehen. Aber scheinbar noch nicht. Okay, rohstofftechnisch, denke ich, darf ich. So, jetzt kommt er hier unten angerannt. Das war klar. Schütz den Minenschach. So, gucken wir mal. Vielleicht klappt das ja. Jetzt geschmiedete Hilfe. So. Wir werden angegriffen. Kommst dich in die Beine. So, hopp. Er versucht natürlich irgendwo so, hopp Jawoll Leute, ist auch wieder da der kann mal hier aus diese blöden Dinger hier gehen Oh, der hat aber auch einen hinten, das ist ja nicht mehr feierlich So, jetzt geht's zurück, Leute So, kommt das, los, los, los Hilfe, 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 hier unten auch Hier runter Ich glaube, er ist schon wieder tot So, ich würde mal sagen, so Mit denen hier feuern wir Kann ich das feuern nicht? Ah, ich kann nicht feuern So, hopp Er versucht natürlich einen mega Angriff Aber, ja, vielleicht schafft sie ja Vielleicht schaffe ich's ja Vielleicht Vielleicht irgendwie So, hopp So, was sagt die Festung? Hm, da steht nicht doch gar nichts groß Das sollte kein Problem werden Ich denke, das werden wir noch verteidigen können diesmal So, das heißt aber auch wir müssen Jetzt müssen wir hier unten weiter ausbauen wieder Eine Mine wieder Okay Was baut denn der hier eigentlich? Gar nichts Keine Kommandeurspunkte Na gut Okay, das haben wir Das haben wir Dann können wir ja mal weitergehen Mal schauen Was er so hat Der ist nicht in Einheit, ne? Okay Ihr Und ihr Und ihr Und ihr Und das hier muss ich teilen Also das Definitiv wird das hier geteilt Und der Teil bleibt da und der Teil nicht Der muss auf jeden Fall So, genau Ihr seid jetzt nur noch die Eins So Genau, ihr seid die Eins Und der Rest bleibt im Lager sozusagen erstmal So, jetzt versucht das über oben Das wird aber nicht funktionieren Weil Ich hier bin Schnell, 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 schnell Schnell, schnell, schnell So, ihr seid die Zwei So, okay Äh, das Die Eins hier Die Eins Weil mir eins passiert So, okay Hier hoch Das sind die Zwei schon wieder Keine Zwei mehr So, das Teil hier weg Weil je weniger von diesen Malone Bäume er hat desto weniger kann er auch aufbauen Du baust äh Hier mal eine neue Dings hin So, und du gehst hoch Und was hab ich hier Ah, guck mal an Noch was zum Ausbauen Ihr geht mal hier rein Ach, das ist ein normales Na gut, dann gehen wir mal hier rein So, okay So, hopp Lalalalalala Der wird wahrscheinlich gleich wieder hier oben kommen versuchen Ah, das lass ich nicht zu Lalalala Das ist eine Mini-Schlacht sozusagen So, Rohstoffe brauche ich eigentlich keine Habe ich genug Aber, ähm Ja, schadet eigentlich nie Irgendwo Rohstoffe herzukriegen Wo ist ein Gebäude? Da Ähm Du baust mal hier oben Komm Ganz pauschal Mal noch eine Festung hin So, komm hier Mal auf die hier Ja, genau Da können wir ihn auf jeden Fall weit genug stören Um Schnell noch ein bisschen vor Schnell noch ein bisschen vor Vielleicht klappt das Ja, vielleicht klappt das Achso, das ging ja auch so So, komm Zurück, zurück, zurück Äh Du hier unten Äh Jetzt ziehst du dich auch mal Naja, gut Du ziehst dich nicht zurück Du baust mal so Und, äh Hier hinten Da ist die Festung Ich hab auf jeden Fall ein bisschen was erkundet Da ist einer Dings Da ist das Mal schauen, wie viel ich erwische Jetzt mit dem Erdbeben Hop Komm, Erdbeben So, hier oben haben wir Fein gebaut Äh Du kannst nichts bauen Manu Ähm Hier brauchen wir mal Eins, zwei, drei So Und jetzt hab ich Erdbeben Und schauen mal Was hier oben so schönes Kaputt gehen kann Also Die Schmiede könnte ich noch mit gebrauchen Hier So Machen wir so So Ah Schmiede hab ich nicht mit erwischt Schade Aber hätt ja klappen können So Der hat wenigstens überlebt Äh Die hier unten Kann ich alle ausrüsten Zack Die hier auch Das heißt Ich könnte eigentlich hier Die hier unten Ganz pauschal Alle in die Eins nehmen Und Wieder eine Runde drehen Sozusagen So Ihr bleibt hier oben Genau Ihr geht auch mit in die Eins Komm Und du Äh Baust mal hier unten Hier unten auch pauschal Noch eine Festung hin Ach Festung hab ich grad kein Geld Naja Ist auch mal was Neues Na dann Kein Problem Machst halt einen Schacht So Okay Hm Kleine Baut nicht weiter Wie immer Der Typ Das liegt halt daran Dass wir halt wirklich So viel jetzt gerade Erforscht haben Und guck mal was haben Jawohl Ein Baumeister weniger Gut Bringt ihm jetzt Bringt mir jetzt auch nicht viel Aber naja Immerhin So Okay Hier weiter Äh Die obere Festung steht Äh Wir können ja mal hier Ganz pauschal noch Ein Mien-Schacht Hinsetzen So Du hast auch Also waren wir auch mal Ein Mien-Schacht So hopp Ist alles nieder Okay Hier mal runter Unser Streitwagen Ist kampfbereit So Einen Streitwagen Haben wir wieder Da ist er Äh Du gehst Achso Das war jetzt die Zwei Du musst in die Drei eigentlich Äh Du nimmst mal wieder Das Banner Äh Ihr geht wieder In die Zwei Alle zusammen Hopp Streitwagen So Streitwagen Hier lang Wo wirst du gebraucht Du wirst gebraucht Um hier mal Noch ein bisschen Was hinzubauen So Hopp So Okay Guck mal was da ankommt Guck mal was da ankommt Lalalalala Ja Ah Haut da natürlich alles weg Was da unten steht In dem Fall Moment wurde ich nämlich Wieder zurückziehen Aber obenrum Ah obenrum Funktioniert nicht Äh Also muss ich hier mal Meine Baumeister In Sicherheit bringen Okay Hopp Haltet eure Stellung Ja Jetzt hau ich Noch meine eigenen Leute Tot Das war doof Aber Was soll's So Kleine ist auch wieder da Ähm Schön Ich will aber hier Erstmal aufbauen Dieser Streitwagen Geht wieder in die 3 Und geht wieder hier runter So Und du brauchst auch wieder das hier Ich habe noch ein Zügel Zwei haben wir Dann gehst du mit der hier Vorrats Hier oben Kommt da jemand Nein da kommt noch keiner Ja Die 3 Die 3 Vor Äh Ihr Ihr alle ein bisschen zurück Hier kommt Ihr könnt euch hier Positionieren Genau wie ihr hier Einmal vor Bitte So hier ein bisschen ausbauen So hier ein bisschen ausbauen Hoffe ich mal So okay Jetzt hat er das gemacht Dann heißt Dass ihr müsst wieder zurückgehen Die 1 Wo ist der Feind Da sind die Nächsten hier Hier drauf So hopp Hier hin Hier habe ich auch keine mehr gebaut Aber das war doof Das war doof Ich war gut im Geschäft Aber ich habe es versaut Denke ich fast So jetzt geht man hier vor Ah die Festung ist gefallen Äh gut okay Das war aber abzusehen Das hatte ich eigentlich erwartet So okay Gehen wir mal hier weiter hoch Das finden wir hier Ah das Ding haben wir doch erwischt Dann hauen wir hier mal So bobo So hopp Hier mal mit rein hier Los ja Dann eben hier drauf Los Hau das Ding weg Ja er kann natürlich Also Mit seinen Fähigkeiten Doch ein bisschen besser umgehen Als ich Weil er hat mehr Äh ich habe aber noch Das Katapult Das müsste ja vielleicht gehen Wenn ich hier Hopp So geht das Katapult eigentlich los Ja das hat gefeuert So okay Immerhin Na gut okay Das hilft nichts Wir ziehen uns zurück Und die hier unten Die hier dumm in der Gegend rumstehen Die bauen mal weiter aus In die Richtung Du baust eine neue Schmiede Hallo Jetzt repariert Ah das ist scheiße Das wird fallen hier Das wird fallen Verdammt Okay hier 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 So hopp Hier auch Okay die Mine steht Hier steht sogar auch Das Gebäude noch Das wäre schön Dann bauen wir mal wieder aus Und zwar Hier unten noch eine Schmiede Und einen solchen Ach der wird noch gebaut So Okay dann Erstmal wieder hier Nach hinten ausbauen Nach hinten ausbauen Und hopp Die produzieren Die Phalanx ist unsere starke Mädchen So Hier Hopp 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 Das Ding kann hoffentlich Wieder sich aufbauen Weil die hat schon Ganz schön gut was ausgehalten Ah hier unten Kommt er schon wieder So okay So gehen wir mal runter Hier bauen wir mal aus Vielleicht hilft das Vielleicht kommt das noch durch Na hier kommt noch welche Auf jeden Fall weiter So hopp Ihr seid auch noch nie ausgebaut Ja Wie auch immer ich Hüter gebaut habe Manu So Du ich würde aber erst mal sagen Wir beenden mal die Folge Oder was meinst du Jawohl Beenden wir die Folge Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis zum nächsten Mal Bis denn Tschüss